So Leute, herzlich willkommen zurück zu It Takes Two, zusammen mit dem Zelda-Jungen. Halli, hallo. Ja, in der letzten Folge haben wir, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ja, eine wilde Luke-Session hinter uns gebracht. Wenn ihr das verpasst habt, dann guckt es euch auf dem Kanal vom Zelda-Jungen an. Jetzt labern die genau, wenn ich was sage. Ja, jedenfalls. Die Playlist findet ihr auch beim Zelda-Jungen. Und bei dir, oder? Ja, natürlich. Oh, ich meine ja nur. Das wissen die ja, wenn die hier gucken, dann wissen die das ja. Cody, lass uns gucken, was hier ist. Ein Gameboy. Oh, Tarzan. Was steht da? Panzerbrüder. Statt da gerade Tarzan? Nein, Panzerbrüder. Panzerbrüder. Panzer. So dann, let's go. Panzerbrows. Das ist ein Get-Boy, oder? Stand da. Ich weiß nicht, wir haben es nicht gelesen. Wirf Granate auf Cody. Na, Dom. Ha, ha. Ach, das gibt's. Das kenne ich anders auch. Ich spiele mit den Panzer-Dingern. Ja, ja. So geht das nicht. Wow. Oh, ja, tatsächlich. Die trifft er auch, oder was? Ja. Ne, nicht die weiße, aber die bunte. Nein, zerstören. Okay, das war cool. So auch nochmal. Nice. Sollen wir tauschen? Ich will mal der gelbe sein. Ah, der blau. Gibt's da einen Unterschied? Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Äh, hey, um geht's nicht? Ich kann es gar nicht. Ich kann den anderen. Lol. Achso. Ja, okay. Das ist doch blöd. Was ist da los? Das haben wir schlecht gemacht. Wollt der andere sein. Ich mag kein Gelb. Äh, blau. Ding, ding. Ha. Nein, die Schockwelle. Mach ich ein Manöver. Verdammt. Schlechtes Manöver. Nein. Wo bist du? Achso, du bist da. Ich schieße die ganze Zeit über die Mauer. Nein. Das war klar. Okay, das war echt doof. Die ganze Zeit über die Mauer geschossen. Wo bist du? Ich habe mich angeschlichen. So. Ja. Das ist ja nicht so oft so. Wie geht's jetzt weiter? So. In die Steckdose. Lappelappe. Komme da. Dann könnte ich mal schießen, ne? Das ist traurig. Ich bin gespannt auf das nächste Werkzeug, was wir bekommen. Ob wir eins bekommen. Gelb. Blam. Gelb. Ich glaube, du repräsentierst ja blauen. Ja, grün, oder? Ja, grün ist da. Ich bin blau. Ich repräsentier... Blau. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Egliges? Blau. Was ist das? Was soll es sein? Ein Gummi-Ball? So ein Hüpf-Ball, meine ich. Weißt du, was ich meine? So ein... Aber es ist auch ganz schön groß. Ja. Für so ein Ball. Lecken. Wenn du dir das irgendwie gleiche Kissen anguckst. Hm. Oh. Ist das noch so ein Licht? Eine Sternenkugel. Hä, aber die produzieren irgendwie keine Sterne. Toll. Du sie auf Mond gestellt hast. Ich kann das gar nicht machen. Warte doch. Ich kann nicht in die andere Richtung. Du drehst andersrum. Nein, so rum. Nein, so rum. Cool. Oh, was ist hier noch? Ach so, immer dem Kabel nach, würde ich sagen, oder? Oh, da haben wir was vergessen. Die Taschennappe. Ah. Aus ist. Oder? Waren wir schon? Keep out. Ja, ja. Wir waren da... Also, wir waren da mal hin. Da waren wir nicht. Da waren wir nicht. Boah. Uh, das sind, äh, äh, Lüpfkisten. Ich denke besser ist aus. Okay. Ich vergebe mich. Light on. Alter, was hat die denn hier für eine Matratzenwelt? Cool. Guck mal. Ist die Erde? Das ist so ein Mondlande-Ding. Erde. Ich komme. Was? Was kann ich hier machen? So. An und aus. Wo gehst du lang? Da hier zur Lava-Lampe, oder? Was ist da? Oh, Action-Figuren. Was? Was? Wo? Wo bist du? Ha. Minispiel-Zeit. Ist es wieder ein Minispiel? Ne, ich glaube nicht. Ja, bestimmt, oder? Was sind diese? Ich habe sie nie gesehen. Ich habe ihn zu Roland. Ich bin nicht aus einem Spiel. Ich bin mein Lieblings-Videogame. Ich dachte, sie machen jetzt so einen Box-Kampf. Okay. Wahrscheinlich sind das hier die Entwickler, oder? Kann das sein? Oh, das könnte sein. Aber das wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Was ist denn, wie man hat? Ein Thumbnail, eventuell. Mit Entwicklern. Also es ist schwierig, ne? So ein Thumbnail zu machen, wenn der Bildschirm geteilt ist. Finde ich schwierig. Ah, denke ich mir. Rose ist auf der anderen Seite. Die Gate ist blockt. By something. Hey, irgendwie ist das. By some kind of force. Oh, look. Ein Videogame. Hey, hey. Äh. Ähm. Hä? Ach, ach so. Äh, wir müssen das Wort ergänzen. Der Rieh. Over. Der Rieh. Nein, falsch. Du, du drüben. Ach so. Override. Aha. Mh. Ja, ja, ja. So gibt es Sinn. Äh. Hacking Bro. Ich bin groß. Ich bin klein. Ich bin ein Creeper. Wir haben es fast. Oh. Äh. Hä? Ach, Mundwinkel. Mundwinkel. Ah, okay. Sieht es anders? Nichts mit Hörner hier. Ah, ist das noch ein Spiel? Ich weiß nicht, wer hackt uns? Oh, nein. Oh, nein. Ach so, ich hätte eh drücken müssen. Nee. Ich weiß nicht, ich brummestand nix. Hä? Kommen wir jetzt in ein Videogame? Ich glaube, sonst hat es jetzt reingesaugt. Hä? Boomba Boomba. Wie kennst du meinen Namen, Traitor? Because I bought you in the Space Museum. Liar. Rose had picked me at the Space Museum and commissioned me for a special mission. I am the only one who can protect Rose from the dark side of the universe. Well, we're also assigned to protect Rose. As her parents, we... Stop lying. Your mission is to make her cry. We really need those tears. Ah, er war das. Ich dachte, das Eichhörnchen hat uns abgehört. Ah. Ah. There's been a misunderstanding. See, we just need to get a few tears from Rose to... You won't squeeze a single tear drop from Rose. You'll be stuck here forever. You'll be stuck here forever. We can see him as an Arsch, nicht. Hardline. Was, ja. Hm, hm, hm. Blau-Rot. Schart. Vielleicht ist das der Endbox. Auf den Arsch. Was sollen wir tun? In Space? No one can hear you scream. Oh, for goodness sake, Cody. Don't be stupid. We're not in Space. What? Where are we? Listen. Rose and I have played with her Space stories so many times. I just need to find them. Da steht ein Raket. Oh, here they are. Okay, was machen wir jetzt? Was passiert jetzt? Oh nein, das ist Buzz Lightyear. Hey, Cody. Try this on. Hey. Was gut? Wow. It works. Oh, what are you doing? Bombo. Mini. Kannst du mich jetzt größer and kleiner machen? Stop it. Just turn it off. Amazing. Nee, just turn me back and I'll help you. Haha, thank you. Geil. Achso, ich darf selbst. Wee wie Bambo. Spaceblutze. Oh, und was kann ich? Define the laws of gravity. Kannst du ja den Deckel nicht machen. Wie kommt, dass du all die coolen Gadgets bekommst? Ja. Ja. Immer. Ja. Du kannst dich schrumpfen und wachsen und ich kann den machen. Wie er spricht, wenn er klein ist. Und du hast ihn bezahlt. Er ist total krass. Er war nur betätigt. Wie du einfach um die Decke läufst. Beziehungsweise ich laufe ja um die Decke. Wo hoch zu mir. Ich meine, wir brauchen nur ihre Träume, damit sie ihre Eltern haben kann. Geh. Jetzt gehen wir weiter. So, was muss ich jetzt machen? Was machen wir jetzt? Ah, hier. Ich kann einen Schalter. Ich kann mit der Rakete... Oh, 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 oh. Zu Infinity. Zu Infinity. Ja, aber was kann ich da machen? Ich kann mich hier dran hängen, aber das bringt mir noch nichts. Ich kann jetzt hier rüber bestimmt. Ah. Aber was mache ich hier? Okay. Okay, ich gehe mal. Jetzt kann ich es nicht, glaube ich. Kann ich das jetzt aufmachen? Was passiert? Du musst da draufhüpfen, aber wie kommst du denn hier rüber? Ja, ich weiß gerade auch nicht, wie du rüberkommst. Du bist auf der anderen Seite. Ich bin schon auf der anderen Seite, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich dich hier rüberbringe. Aha. Also ich kann mich hier dran hängen, ne? Aber da passiert nichts. Doch, es passiert was. Aber du hast einen ganz kleinen Schlitz da unten, du musst da unten drunter durchkrabbeln, ne? Ja, warte, warte, ich mache mich klein... Ne, ich mache mich wieder groß, wenn ich schneller bin. So. So, jetzt mache ich mich riesig. So, und jetzt... Jetzt kannst du das Tor aufmachen. Oh, nee, was machst du jetzt damit? Verklatsch. Was passiert jetzt? Da kam so eine Sofa-Rücke. Krass. Also die Ideen sind echt hart. Krass. Wenn wir nicht da sind, ich denke, wir können es hier raus machen. Du bist jetzt halt einfach so viel schneller, wenn du groß bist, ne? Große Schritte, ne? Große Schritte in Richtung... Zukunft. Boom. So. Was ist das? Au. Das habe ich voll selbst gekriegt. Batterie ist leer. Ah, da ist ne Kamera. Batterie ist leer. Du musst da bestimmt... Du musst da reinkrabbeln. Du musst die Batterie wechseln. Hast du auch die Kamera kaputt? Ich lebe wohl, Big Brother. Ach so, ich muss rein. Ja, das stimmt. Du musst die Batterie wechseln. Alter, warum bin ich so langsam, wenn ich klein bin? Das macht keinen Sinn. Du musst doch viel schneller sein. Agiler. Vor allem kann der erlaufen. So, die Batterie rein. Ach so, die ist noch nicht richtig drin. Okay. Bam. Verstöpst du es nicht? Ja. Ah, jetzt kann ich mich an die Decke ziehen, bestimmt. Oh, was ist passiert? Es sieht aus wie ein bisschen ein Kraftfeld. Das ist richtig. Ach so, als Riese kann ich nicht mehr laufen. Kannst du da auch rein? Oder kann ich das nur? Ich kann. Hoch, runter. Okay, kannst du es auch. Runter nicht gut. Runter, keine gute Idee. Alter, wo sind wir denn nur hier wieder schon gelandet? Da ist Kirby. Ein Kirby. Oh, ein Stern. Wo ist Kirby? Ja, ein Stern. Kirby. Das ist doch nicht Kirby. Ja, nee, aber jetzt kannst du Kirby werden. Okay, ich glaube, den müssen wir... Ich glaube, ich mache den Kamerad. Dich ist kaputt. Wenn ich den nicht mag. Schau mir den Kopf an. Aha. Sehr schön. So, was ist das? Wir haben hier ein fettes Portal. Kannst du das kaputt machen? Stargate. To Infinity. Oh, oh, oh. Kommst du jetzt hier wieder raus? Nein, ich bin ganz wahnsinnig. Guck mal hier rein. Oh, ja, guck mal, was hier bitte ist. Komm ich auch zu dir? Kirby Space Ride. Nee, du bist bei was? Ich bin jetzt auch ganz woanders. Hä? Aber ich brauche dich hier, glaube ich. Okay, warte, dann komm ich wieder rüber. Weil es sieht so aus, dass... Nee. Müssen wir Riden. Keine Ahnung, oder? Keine Ahnung. Es wird komplex. Komplex. Das sind ganz viele. Bist du durch das rote Tor? Weißt du das noch? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, aber ich glaube, hier ist dein Fall drüber. Faut dir einfach reizt aus. Ich habe es auch hier jetzt allein geschafft, glaube ich. Ich dachte zuerst, weil da zwei Bahnen waren. Ah. Aber du bist auf jeden Fall gut richtig. Okay, was muss ich machen? Die Planeten? Ja, du kannst hier irgendwie überall drauf. Das ist da verwirrend. Das ist ja crazy. Wo müssen wir hin? Das wissen wir noch nicht. So. Wir müssen mal was weiter geschafft. Oh Gott. Da kommt einfach der Ring runter. Jetzt bin ich in der Mitte. Du auch. Jo, bin auch gleich da. Ah, da oben ist wieder so ein Roboter. Ist der Erde hier? Ich bin zu klein. Kannst du hier wegbashen, oder was? Muss größer werden. Ah, okay. Und ich kann mich da drauf? Ne. Du kannst dich festsaugen, oder? Geht das? Ne, leider nicht. Leider nicht. Aber vielleicht können wir irgendwie eine Schwerkraft anmachen, oder so. Dagegen springen kannst du auch nicht, oder? Und dich festhalten. Hab's gerade versucht. Achso. Oh, Rakete. Lass mich mal gucken. Was kann man da machen? Hä? Hier kann man, hier kann man so. Ah, da kannst du rauf. Da kannst du auf den Planeten über den Saturnring. Oder? Was auch immer das für ein Planet ist. Achso, du kannst mich dann ballern. Ah, okay. Ich baller dich dann. Du kannst mich hochballern. Alles klar. So. Dann hau mich mal hoch. Von hier, oder? Bist du drauf? Ja, sieht gut aus. Hm. Stärker? Was? Geht nicht stärker. Ich glaube, du musst öfter. Ich glaube, du musst öfter. Ich seh nichts. Kann das sein, dass du öfter musst? Dick den Arsch. Ich weiß nicht, ob ich da... Also, du war falsch. Schal. Oder ich muss halt... Gut hüpfen. Ich weiß es nicht. Ah, du musst da rüber zu dem. Da, ich war falsch. Du musst da rüber. Ich muss auf den anderen Planeten, ja. Okay. Alles klar. Jetzt. Nice. Jetzt komme ich da hoch. Jetzt da rüber, ne? Die Musik. So. So. Und da kannst du jetzt ranlaufen. Das ist so eine... Für deine Magnetstiefel, so eine Bahn. Nein. Nein. Oder du sprängst runter und wir machen es nochmal. Ah, okay. Der Glips war knapp, ja. So. Da ist noch ein Roboter, wo geht es hier lang? Oh. Ich muss mich irgendwie raufkriegen, hier. Oh Gott, was ist hier da? Ah, da geht die Ding raus. Ah, ich kann dir... Aha. Ah, ich kann dir eine Brücke bauen. Oh Gott. Oh Gott, äh. Ich kann auch als Großer hüpfen. Kann ich als Kleiner weiterhüpfen? Nee. Ich glaube, du musst als Normaler hüpfen, oder? Warte, aber ich mache dir jetzt mal den hier raus. Dann mache ich dir den raus. Oder ist das zu hoch? Das ist zu hoch, ne? Ach, das ist zu hoch für mich. Okay, warte. Da gehen die wieder rein. Ich mache den. Also ich muss mich beilen und du auch. Ja. Ja. Nies da. Nice. Awesome, ja. No, und das fahren. So. Oh ja, perfekt. Sehr nice. So, und jetzt muss ich, glaube ich, zum Roboter, ne? Rein in den Robo. Ähm. Ah, da ist er in Gang. Das sieht aus. Das ist ja traumhaft, ne? So, in so ein Spielzeug reinzugehen. So, und zack. Okay. Und jetzt? Dann haben wir jetzt ein Portal abgeschlossen, wahrscheinlich, von dreien. Ah, okay. Okay. So, und wieder zurück. Nächstes. Wahrscheinlich müssen wir alle Sterne noch machen, ne? Die sind jetzt alle an, genau. Ja. Okay, suchst du dir ein Portal aus für deine Folge. Das ist komisch aufhören. Ja, ich bin 17 Minuten jetzt. Okay, 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 warte, warte, warte. Soll ich nochmal zurückgehen? Nicht zu viel spoilern hier. Ja, jetzt sind wir schon hier, jetzt ist es auch schon egal. Okay. Ja, gut, Leute. Bist du? Ja. Ich weiß es gar nicht, was ich denke, das ist mein Bestand. Du bist aber nicht, ne? Ja. Ich habe jetzt immer die langweiligen Pauzen. Du hast die Bosskämpfe. Genau. Also verabschiede dich gefälligst. Ja. Mit Action. Ja. Ja, jetzt weiß ich nicht. Prost, klein, groß, prost. Jo, Leute, das war es auch schon für die Folge. Ich hoffe, dass das kommt. Kann nicht mehr sprechen. Ich schneide das schon zusammen, keine Panik. So, Leute, das war es von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder ein Like. Und guckt auch beim Zelda-Junge in der nächsten Folge vorbei. Und ich verabschiede mich fair mit von euch. Und was sagt der Zelda-Junge noch dazu? Irgendwas? Macht's gut, like da lassen. Kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.